Doch neben den wirtschaftlichen Aspekten des Hansetages kam das Feiern nicht zu kurz. Unzählige große und kleine Bühnen prägten das Stadtbild. So manche Ansprache und jede Menge Musik ließen keinen Zweifel daran, dass hier Prioritäten gesetzt wurden. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Sie haben mit Ihrer Crew Großes geleistet in dieser Stadt. Feinkoche über den Fluss, jetzt ein Kano, was ein Genuss. Ja, die Jäze, da kann man nicht vorbei. Früher sagte man, in der gesamten Altstadt und drumherum, überall hatten die Hansestädte die Gelegenheit, sich mit einem Stand zu präsentieren. Man zeigt seine Waren, seine Kultur, seine touristischen Attraktivitäten. Salzwedel gibt sich international und die Gäste aus aller Welt fühlen sich hier pudelwohl. Viele Grüße von Thailand zu Salzwedel. Die Hansestadt Lüden grüßt alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Salzwedel. Es ist ein ganz toller Hansedag und es macht unheimlich viel Spaß. Und die ganze Hansenfamilie ist zusammen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich, Salzwedel und die mieszkanischen Flanborka. Wir sind sehr froh, dass wir hier sind. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Wir wünschen Ihnen pH. Wir wünschen Ihnen ein есть paar Gäste aus der Uni'�� COLE, in der Uniange. Herr Mimous zwei... JQue èweis Have a giant Gäste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017